Zuerst haben wir hier die Löcher gebohrt und dann haben wir sie hier geschliffen. Und dann ist das hier gekocht worden. Und dann haben wir sie so noch geschliffen. Wir haben sie selber bohren und dann sind wir hier vorne draufgestanden, um zu schauen, wie gross sie sind. Und dann haben wir noch ein Stück Kappe geschnitten. Welche Löcher hast du selber bohren? Die hier. Die Löcher können wir selber bohren. Das hast du ja wieder gebraucht. Nein, du machst die gleiche. Wir nehmen die hier drauf. Und dann haben wir sie geschliffen. Und dann haben wir sie geschliffen. Und dann haben wir sie hier. Und dann haben wir sie hier. Und dann haben wir sie hier. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir sie hier. Und dann haben wir sie mich angehört. So. Wie lange habt ihr denn dann? Eine Minute etwa. Für was sind diese Schrauben hier? Die schauen, dass diese Schrauben hier nicht rausfallen und sonst ohne die Befestigung der Tritt einfach rausfallen kann. Kann man die auch in der Höhe verstellen? Ja, also hier muss man das hier raus drehen, nehmen wir es raus, dann kann man es auch raus hammeren und dann kann man es hier nachdem für uns einstellen.